Du warst nicht vorbereitet! Ansonsten haben wir wie immer eure Briefe, denn wenn ihr Briefe schreiben möchtet, könnt ihr jederzeit gerne auf den Sömmer Rexa oder Alerian Charakter stellen und an Community-Rexa ein Briefchen schicken. Da schauen wir wie immer als allererstes rein, bevor wir mit den anderen Themen anfangen. Und zwar Nummer 1, Swiss Aleria, Transmog. Hey Flo, mich würde einfach mal interessieren, wie du deinen Transmog verkaufst. Benutzt du TSM oder stellst du das einfach immer zu den regulären Aha-Preisen ein, bis es weg ist? Mach weiter so und schöne Woche, grüße ich ihn raus. Vielen, vielen Dank! Generell, ich meine, jeder weiß es, Transmog kann man gut verkaufen und ist auch das teuerste, was man in-game kaufen kann bzw. verkaufen kann, neben manchen TCG-Reitieren. Der Nachteil ist, für Transmog dauert das einfach. Also wenn ich jetzt sage, ich ziehe ein seltenes Item, das ist 80.000 bis 200.000 Gold wert, dann kriege ich den Preis auch. Aber es kann sein, dass sich das über einen Monat hinweg zieht, wo man es jeden Tag immer wieder reinstellen muss, bis es dann schlussendlich irgendwann verkauft ist. Deswegen, wenn man Transmog verkauft, immer ganz wichtig, man verkauft das auf Masse und nicht einzelne Gegenstände. Denn wenn ich jetzt sage, ich habe ein Item drin, ja, dann warte ich halt einen Monat. Wenn ich jetzt aber 1.000 Items auf einmal drinnen habe, ja gut, dann verkaufe ich halt auch jeden Tag ein, zwei Stück. Nur dann wäre es ein bisschen aufwendig reinzustellen und da ist das Add-on TSM, gibt eigentlich nichts Besseres, weil da kannst du so komplette Kategorien erstellen und so weiter, wenn ihr dafür Guides sehen möchtet und so weiter. Ich bin jetzt so in dem extremen Goldfarming drin, aber es gibt halt zum Beispiel Goldgoblin auf Twitch, wo ihr reinschauen könnt oder Exodus auf YouTube. Die machen darüber, glaube ich, auch Guides, wenn ich mich nicht täusche. Ansonsten einfach TSM recherchieren, da gibt es auch ein Forum und so weiter, wo man sich reinlesen kann. Damit habe ich jetzt nichts am Hut. Gut, ich persönlich benutze Auktionator, das ist eine einfachere Variante. Auktionator ist ganz schnell erklärt und zwar, das ist ein Bonus-Add-on, das ist hier gerade auf dem Account den an. Aber normalerweise sind dann hier unten so ein paar Buttons und wenn man auf den Button drauf drückt, dann ist halt einfach Auktionator und dann kann ich einen Scan machen und dann macht er einfach einen Snapshot vom aktuellen Aha. Das heißt, er macht einfach ein Bild davon. Wenn ich jetzt also hier auf Rüstung gebe, dann sehe ich hier drinnen, das sind zum Beispiel Maske des ungebetenen Gramms. Zwei Stück 314.000, das heißt, er würde mir das dann für 314.000 listen. Sprich, ziehe ich dieses Item und fahre dann im Inventar drauf, dann steht bei mir 314.000, auch wenn es dann schon zwei Wochen später ist und das Item vielleicht billiger oder teurer ist. Dann sehe ich so in etwa Preise, die dabei helfen können. Außerdem, wenn man Sachen reinstellt, werden bei Auktionator automatisch halt die aktuellen Preise genommen. Man kann einstellen, wie viel das unterbieten soll und dann unterbietest du das halt um einen Gold oder so irgendwas. Dann habe ich zum Beispiel, wenn ich jetzt den Kopf habe, dann stellt das halt hier, wenn der für 81 Silber ist, dann stellt es meiner halt dann für 60 Silber rein. Und dann ist es halt immer so ein bisschen undercarded. Das ist so das Allgemeine, was ich dafür benutze und ich glaube, das ist das Einfachste, was man eigentlich machen kann, wenn man jetzt nicht mega dabei ist bei dem Ganzen. Ansonsten, wie gesagt, bei dem ganzen Transmog-Gedöns, wenn man das verkauft, da muss man halt, wie gesagt, zu die Masse gehen. Einzelne Teile bis ewig dran, bis du die irgendwann mal los bist. Gerade auf Low-Pop-Server, wobei das ist heutzutage nicht mehr so ein Problem, weil Leute, die Goldfarmen und extrem viele Sachen verkaufen, die snipen auch auf verschiedenen Servern, da man ja mittlerweile auf Servern oder auf allen Servern handeln kann und so weiter. Ja, das mal im Allgemeinen. Ansonsten, es gibt auch noch einen sehr beliebten Dungeon zum Transmog-Farmen, ist halt Uldermann, ist halt der Dungeon schlechthin zum Teamog-Farmen noch, wenn wir da ganz kurz ausholen. Und zwar Classic Uldermann, beliebteste Dungeon, den es Ingame gibt zum Teamog-Farmen. Warum? Weil er Super-Rares beinhaltet, das sind halt Gegenstände, die wirklich, wirklich selten sind. Und das sind auch die teuersten Items, die man in Ingame verkaufen kann, außerhalb von jetzt, sagen wir mal, den Spektral-Tiger oder so irgendwas, die man tatsächlich farmen kann. Man muss aber sagen, das sind halt Super-Rare-Items. Also da sind so Sachen dabei, wie der Minenarbeiter-Hut, der ist noch so okay, der ist um 1-2 Millionen Gold wert. Dann gibt es sowas wie Pendulum oder den Hammer und so weiter, die sind halt, das kommt drauf an, wo du sie findest. Und auf was für ein Item-Revel du sie findest, man kann die auch in Chromie-Time farmen. Sind irgendwo zwischen 5 bis 15 Mio aufwärts wert, kann man dann, wenn es drüber geht, wenn zum Beispiel jetzt ein Chromie-Time-Kolben ist, ich meine, da geht es jetzt zu sehr an das Ding rein, aber wenn das jetzt ein Chromie-Time-Kolben wäre, das heißt, ich habe das mit einem Charmed-EP-Stop gefarmt, der Chromie-Zeit aktiv hat, dann zieht er das auf einem höheren Item-Revel. Dann ist das nämlich Best-in-Slot für zum Beispiel Time-Walking-Gear. Und da gibt es zum Beispiel Kolben, die sind halt für 15 bis 18 Mio weggegangen im Laufe von Shadowlands. Sind halt mal Super-Rare-Items, dementsprechend ist so gut wie nie was drinnen. Im Jahr sind im Schnitt circa 2 bis 4 von diesen Items, also 2 bis 4, 5 von diesen Kolben zum Beispiel am Auktion. So, da sieht man, wie selten diese Dinger sind, wenn man sagt, Uldermann wird non-stop gefarmt. Da ist der beliebteste Dungeon zum Farmen, aber ich hole da gerade ein bisschen zu weit aus. Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet sonst. Gute Frage, Bro. BVB-Sattel. Hey, du hast mal kurz in einem Let's Play erwähnt, dass wenn man beim schrecklichen Sattelfarm sich mit mehreren Accounts einloggt, diesen Bro-Account durch ein Bug ins Inventar bekommt. Da blizzard ja gerne immer Leute für Bug-Using-Band, wollte ich mal wissen, ob man hierfür auch ein Band werden kann. Also so eine Art Bug-Using. Glaube ich weniger, ich habe noch nie gehört, dass dafür irgendeiner irgendwelche Konsequenzen getragen hätte. Gerade weil du ja mehrere Accounts bezahlst. Und im Endeffekt Bug-Using, ja, ich würde mir da jetzt keine Sorgen machen, ehrlich gesagt. Ich kenne einige, die das gemacht haben. Ich habe das damals in ganz früher gemacht, dass ich sehr gerade eingefügt wurde. Da habe ich beim Achievement-Aufploppen auch zwei bekommen. Aber da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Das ist sicher was, was ich irgendwann mal fixen soll. Zagurda, Solo-Shuffle-Rating. Hey, Shiami. Erstmal danke für deinen Content, bin ein Mega-Fan. Meine Frage bezieht sich auf das Hochspielen des Ratings im Solo-Shuffle. Ich habe mit meinem Demon Hunter aktuelle Stats von 105 zu 65 und stecke hier irgendwie auf einem Rating knapp unter 1500 fest. Wie kann das sein? Ich gewinne im Schnitt also knapp vier Games pro Lobby und komme nicht nach oben. Bin ein wenig verzweifelt, sind die Stats einfach nicht gut genug, auf 1800 zu spielen. Oder woran liegt es, liebe Grüße? Das liegt hauptsächlich daran, dass du Games dann nur gewinnst, wenn du halt auf einem loweren MMR bist. Du hast immer zwei Sachen. Das habe ich jetzt eh schon einige Male erklärt in den Videos. Vielleicht sollte ich mal so eine allgemeine Guide machen, weil da kommt es unglaublich oft zu Problemen. Das erkläre ich auch im Streaming wie non-stop und so weiter, weil Leute verwirrt sind, wie das Ganze funktioniert. Ganz simples System und zwar, wenn du gewertet spielst, egal ob Solo, Two's, Three's oder was auch immer. Du hast immer einmal deine Wertung und du hast einen Suchwert. Das heißt, wenn du ein Game abschließt, dann achte drauf, du hast das Fenster und rechts unten in dem Fenster steht dein aktueller Suchwert. Der Suchwert sucht halt die Gegner mehr oder weniger raus, wie der Name schon vermuten lässt, gegen die du spielst. Sagen wir jetzt, reines Beispiel, du bist auf 1400er Wertung. Hast aber vorher mal mehreres verloren, gerade am Anfang natürlich. Gerade wenn man die Anfangsgames verliert, dauert es wieder ein Zeitchen, bis man sich hochspielt. Sagen wir, du bist jetzt 1400 Suchwert. Deine Wertung ist gerade bei 800, weil du gerade angefangen hast zu spielen. Das heißt, jetzt bin ich auf einem niedrigeren Rating, höherer Suchwert. Das heißt, wenn ich gewinne, kriege ich relativ viel Plus und ich brauche auch gar nicht alles gewinnen. Da reicht es dann auch schon, wenn ich ein Game gewinne zum Beispiel und ich würde trotzdem Plus kassieren. Und wenn ich verliere, wenn ich überhaupt 0,6 gehen würde, würde ich kein Rating verlieren, weil mein Suchwert höher ist. Jetzt passt sich der Suchwert immer nach deiner Win-Lose-Ratio an. Das heißt, je nachdem, wie viele Games ich gewinne und wie viele Games ich verliere, umso höher oder niedriger ist halt schlussendlich mein Suchwert. Jetzt ist es halt so, dass wenn du anfänglich anfängst zu spielen und sagen wir, du hast kein Gear, kennst dich 0 aus und bist komplett überfordert. Ja, dann kann es halt mal sein, dass du vielleicht überhaupt alles verlierst. Da habe ich auch schon bei mehreren gesehen, die stehen dann 10 zu 60 oder so irgendwas. Was passiert dann? Dann ist dein Rating zum Beispiel auf 600, 800 Rating. Aber dein Suchwert ist überhaupt noch weiter unten. Das heißt, dein Suchwert ist irgendwo bei 500 um den Dreh. Jetzt musst du erstmal so viel Plus spielen, dass du aus diesem Lone-MMR überhaupt wieder rauskommst. Das heißt, du müsstest so lange spielen, bis dein Suchwert über deine aktuellen Wertung ist. Und erst dann fängst du an, dass du aus diesem ganzen Ding rausklimbst. Und ja, dann wird es immer leichter. Das heißt, wenn du Games nur dann gewinnst, wenn dein Suchwert unten ist, weil du gegen schlechtere Spieler spielst, dann wirst du halt dementsprechend nie hochkommen, wenn du dann anfängst zu verlieren, wenn dein Rating halt mal feiler in dem Ding ist. Ich meine, ich weiß nicht, ob du mich anflunkerst mit deinen Stats. Das kann ich halt nie nachvollziehen. Aber das hätte ich persönlich noch nett gesehen, dass du mit so einer Win-Ratio mehr oder weniger dann überhaupt noch unten sein könntest. Ich meine, wie gesagt, es kann sein, dass du dich am Anfang so derart runtergespielt hast und jetzt gerade am Hochspielen bist und quasi jetzt erst dein MMR in einem positiven Bereich ist, dass du jetzt hochspielen könntest. Das heißt, alles, was du machen müsstest, ist jetzt weiterspielen, weil dann climbst du zwangsmäßig. Da kannst du gar nichts dagegen machen. Da würdest du so oder so aufsteigen. Wenn deine Stats, die du mir gerade genannt hast, halt stimmen, dann ist es unvermeidlich, dass du halt einfach Plus spielst. Und wenn du jetzt generell halt hergehst und jetzt weiterhin immer vier Runden gewinnst, dann wird halt dein MMR immer weiter steigen. Und das heißt, dein Suchwert ist immer über deinem Rating. Das heißt, du kannst halt mit quasi selbst zwei, drei Wins, würdest du halt immer Plus kriegen. Aber wie gesagt, das ist immer schwer, Leute übertreiben, untertreiben. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon erklärt habe und wenn man dann nachsieht, was die gespielt haben. Weil ich kann, das kann es ja alles nachvollziehen. Das ist ja alles in, das gibt es ja, du kannst es sogar auf Seiten nachsehen, mit wem du gespielt hast, gegen was du gespielt hast und so weiter. Das wird ja alles teilweise getrackt. Also da könnte man dann schon nachschauen, was da eher das Problem war und ob das dann mehr oder weniger richtig ist. Und dann kommt es natürlich auch noch eines ganz, ganz krass an. Und zwar hast du öfter mal die Arena verlassen. Das heißt, wenn du ein Game bist und du bist Tilt, sieht man leider viel zu oft, dass Leute einfach das Game liefen. Das ist nämlich ein Todesstoß für dich. Weil du kriegst dann minus 150 Rating und minus 150 Suchwert. Das heißt, du baust dich komplett ein. Und umso öfter du liefst, umso mehr kriegst du. Wenn du überhaupt zu oft liefst, dann kriegst du halt mehr oder weniger eine Sperre. Deswegen, weiß nicht. Gibt Leute, ich meine, manchmal kann auch sein, dass man ausversehen lief, sondern man lief, weil man Disconnect hatte, dann kriegst du das ebenfalls. Also dann ist es im Endeffekt genau das Gleiche. Das heißt, weiß nicht, ob dein Internet dann irgendwie sehr unstabil ist. Ich zum Beispiel hatte in Season 2 das Problem mit meinem Evoker. Da wurde hier gerade nämlich bei uns in der Umgebung umgegraben. Und dann hatte ich irgendwie permanent Disconnect. Und weil ich so ein Ego hatte, wollte ich dann die ganze Zeit weiterspielen. Und dann hatte ich irgendwie viermal hinten in Folge aus dem Game rausgeflogen. Und danach hat es keine Ahnung, wie lange gedauert, dass ich mich aus dem Minus wieder rausgespielt habe. Das war dann ein bisschen problematisch. Aber das eigentlich im Allgemeinen. Also wie gesagt, ich habe das schon hunderte Male erklärt. Auch im Laufe der Let's Play Serie haben wir immer wieder darüber geredet, was denn dahinter steckt. Aber das ist mehr oder weniger immer allgemein mal das Ganze. So, Entschuldigung. Jetzt kommen wir zum Hearthstone Event. Und zwar, wenn ihr dieses Video seht, dann ist gerade das Hearthstone Event schon im vollen Gang. Denn das Hearthstone Event, das ist vom Montag, das heißt von heute, wenn ihr das Video seht, vom 11. März bis zum 18. März um 10 Uhr morgens. Das heißt, ihr habt nur eine Woche Zeit. Und innerhalb dieses Events könnt ihr euch jetzt Sachen freispielen. Und zwar gibt es da mehrere Dinge freizuspielen. Zu meinem Moment, wo ich euch das erzähle, kann ich euch nicht zu 100% genau sagen, wo man was kriegt. Ich weiß nur ein paar Items, weil ich habe das Event genauso nicht gesehen. Ich kenne nur die Sachen vom Data Mining, wo man halt ein bisschen reinschauen kann in das Ganze. Jetzt haben wir unter anderem ein Reittier mit dabei. Oder zwei Reittiere mit dabei. Reittier Nummer 1 ist der vorherige Pegasus. Für den vorherigen Pegasus müsst ihr Hearthstone spielen. Das ist nämlich gleich wie der Pegasus von damals. Gibt es ja den hier. Und alles, was ihr dafür machen müsst, ist Hearthstone einmal eine Runde spielen. Das heißt, ihr ladet euch das Game runter. Ist free to play. Das heißt, ihr braucht auch nichts zahlen. Ladet das Ding einfach runter und spielt ein Game. Dann kriegt ihr in Zukunft den feurigen Pegasus einfach als Belohnung zum Abholen. Das ist Reittier Nummer 1. Reittier Nummer 2 hat man eigentlich auch schon gesehen. Ist hier aber gerade im Listing nicht mehr drinnen. Und zwar ist das so eine Flugscheibe. Sieht im Endeffekt aus wie sowas hier. Ein bisschen dicker. Sieht aus wie so eine Holzscheibe mit so goldenen Metallringen rundherum. Ist sehr cool. Das kriegt man allerdings in WoW. Das heißt, das hat irgendwas mit dem neuen Event zu tun, wo man sich das Ganze dann freischalten kann. Und wie gesagt, auch das ist halt ein Reittier, was man sich abholen kann. Dann gibt es Sage. Das ist diese Maus. Die gab es ja auch schon. Sieht man es hier nicht? Oder Hearthstone? Hearthstone, genau. Sarge. Das ist ja diese Maus hier. Die gibt es dann als Pad. Das heißt, das gibt es ja glaube ich nicht mehr. Aber es gibt halt das Pad noch davon. Und das Pad ist halt auch wieder ingame zu erhalten. Dann haben wir auch noch Spielzeuge. Und zwar, die sehen wir sogar aktuell schon. Und das Sammlungen, glaube ich, war das drinnen. Genau, Sammlung. Und dann haben wir Hearthstone Anfänger. Und da sehen wir, wir kriegen den Hearthstone Spieltisch. Das ist ein Spielzeug, was wir holen können. Und dafür müssen wir halt, also Hearthstone Karten sehen wir schon hier sammeln. Und wenn man alle Hearthstone Karten hat, dann kriegt man noch einen Erfolg mit dazu. Was drauf schließen lässt, da es keine Heldendaten sind, dass das Event zwar limitiert ist, aber diese Teile vom Event im Nachhinein wahrscheinlich immer noch zugänglich sein werden. Weil ansonsten wäre das nämlich als Heldendaten gelistet und würde keine Erfolgspunkte geben. Deswegen kann man schon mal davon ausgehen, dass das Event wahrscheinlich vielleicht auch darüber hinaus weiterhin zugänglich sein könnte. Vielleicht bis auf ein paar Sachen. Ich tippe mal sowas wie das, das rote Pferd und so. Wahrscheinlich wird es nicht mehr geben. Dann gibt es unter anderem auch noch einen Tabat. Den kann ich euch leider gerade nicht zeigen. Der ist nämlich ebenfalls noch in den Ingame. Auch der Hut nicht und der Gürtel nicht. Aber es gibt einen Wappenrock. Der Wappenrock sieht sehr, sehr cool aus. Richtig schöner Tabat. Würde ich sogar sagen, ist einer der schönsten Tabats außerhalb vom BVP, die man erhalten kann. Kann man definitiv in das eine oder andere Transmog einbauen. Dann gibt es auch noch einen dieser Hüte. Kennen wir ja auch schon. Sieht so ähnlich aus wie der Hut hier, nur mit so Hearthstone Karten auf der Seite drin. Und dann gibt es auch noch so einen Gürtel mit dem Hearthstone Symbol. Vorne mit drinnen, was man sich abholen kann. Das heißt, es gibt also einige Belohnungen, die man sich da schnappen kann. Sollte das Ding wirklich zeitlich limitiert sein und ihr wollt das haben, dann solltet euch während dieser Woche halt unbedingt mal einloggen und das Event spielen. Sollte nicht sehr aufwendig sein, weil wenn das Event nur eine Woche lang hält, dann glaube ich jetzt nicht, dass das der Gigagrind wird, dass man das erhalten kann. Da würden sie sich nämlich eh wieder selber ins Bein schießen, wenn sie so irgendwas anreißen würden. Deswegen, ich tippe mal, dass es irgendwie so ein kleineres Event ist, wo man sich das abholen kann. Vielleicht hat es überhaupt mit der Hearthstone Taverne zu tun. Die haben wir ja auch schon gesehen im Datum einig und zwar zu Battle for Azeroth bereits. Das heißt, die gibt es schon seit einiger Zeit in den Dateien drinnen. War bestimmt schon mal für irgendwas anderes auch geplant und so und wurde dann wahrscheinlich reused oder so. Und ich tippe mal ganz stark, dass das halt für das Event dann mit am Start sein wird und dass wir da halt irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit dieser Hearthstone Taverne und mit den Karten dort interagieren können, die sammeln können und sonstige Dinge halt vollbringen können, damit wir da die Belohnungen abholen. Soviel also zum Hearthstone Event. Cooles Event, coole Gimmicks, vor allem Wappenrock will ich unbedingt holen, beziehungsweise ich hole mir halt eher alles, aber Wappenrock wäre mir persönlich da am wichtigsten. Dann Patch 10.2.6, natürlich immer noch großes Rätsel, wer da bisher nicht auf dem Laufenden gerade ist und zwar Patch 10.2.6 kommt in Kürze. Wir wissen schon, dass er diesen Monat erscheint und es gibt eigentlich nur zwei Release-Daten, die wahrscheinlich sind und zwar entweder es ist diese Woche, wenn ihr das Video seht, am 12. für EU-US oder am 13. für EU. Meine Spekulation wäre eher der 19. oder 20. also 19. der US-20. der EU, denn wir wissen schon, dass sie zu diesem Patch nichts vorher sagen. Also der kommt live und das ist es. Zu dem Patch sind halt einige Fragen offen, weil wir halt kaum was darüber wissen. Wir wissen, dass es irgendein Event ist, wir wissen, dass das Event Fun sein soll, es soll für alle Spieler irgendwas dabei sein und so weiter und so fort. Kann sein, dass sie das einfach anhand von Promotion ein bisschen zu übertrieben promotet haben, dass da irgendwie zu viel Hype entsteht und halt Leute, keine Ahnung was für Vorstellungen haben, was das Event ist. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese ganze Geheimniskrämerei und dieser Overhype innerhalb der Community dann dazu führt, dass es ziemlich Backlash geben wird mal wieder. Bin sehr gespannt, was dieses Event sein wird, aber wie gesagt, wir werden es in Kürze wissen. Diese Woche, wo ich das Video hier gerade recorde, haben sie noch nichts angekündigt. Es gab nur ein Statement von Holly Longday, dass es in Kürze kommt. Und ja, ansonsten kann es halt sein, wenn ihr das Video seht, am Montag kommt mir das bloß News, dass sie da nochmal Neuigkeiten posten. Ich tippe schon, dass sie sagen, wann der Patch kommt, also dass sie sagen, so jetzt diese Woche kommt der Patch. Ich glaube nicht, dass sie den Patch einfach auf dem Live-Server hitten. Das wäre sehr ballsy, wenn du sagst, sie kündigen nicht mal an, dass der Patch kommt und auf einmal ist er in der Woche einfach da. Das glaube ich weniger, also ich glaube schon, dass sie zumindest sagen, wann der Patch kommt, damit die Leute da halt mehr oder weniger da noch reinschauen. Und ja, wie gesagt, ich tippe mal, dass es nach dem Hearthstone-Event soweit sein wird und dann können wir uns da finally reinschauen, was da los ist. Und dann sind natürlich noch andere Fragen offen, denn viele, gerade im Stream haben wir ein paar Mal drüber geredet und da waren einige Leute immer verwirrt und zwar die glauben immer, dass halt mit dem Patch dann die Season vorbei ist. Nein, das ist sie nicht. Die Season endet auch bald, aber die Season endet nicht mit dem Erscheinen von 10.2.6. 10.2.6 bringt zwar Season 4, was ein bisschen verwirrend ist, aber nicht zu dem Tag, wo der Patch kommt, denn der Patch geht live, dann ist dieses Event am Start und dann die Woche darauf fährt der BTR hoch für 10.2.6, also wieder denselben Patch, nur mit den Sachen drinnen, die für Season 4 am Start sind. Das heißt, wenn wir sagen, wir haben einen 20. Patch für EU, dann ist am 27. der BTR für Season 4 live und das heißt, dass Season 4 dann irgendwann Mitte, Ende April released und ja, dann passt das Zeitschema, was sie bisher vorgegeben haben, perfekt, weil August wäre Pre-Patch und September ist Add-on Release. Das heißt, es wird nach wie vor halt perfekt reinpassen und da sie schon 500.000 Mal bestätigt haben mit Blueposts und anderen Quellen, da sie sehr gut im Zeitmanagement liegen, gehe ich nach voraus davon, dass es halt genau da reinpassen wird. Und dann kommen wir nochmal zu dem ganzen, ja, das war so Community-Drama innerhalb von der WoW-Babel halt, weil Leute halt so, ah, WoW gibt es gerade nichts zu tun und ah, das ist eine der längsten Downtimes, die wir je hatten und so weiter. Da habe ich so die krankesten Sachen gefunden auf Reddit und im WoW-Forum und sonst irgendwo, da wo Leute wieder übertrieben haben ohne Ende. Fun Fact, ein, das ist nicht mal annähernd einer der längsten Downtimes, die längste Downtime war mit Mists of Banderia und mit Warlords of Draenor von über 300 Tagen mit nur einem Patch. Dragonflight ist nach wie vor 1 zu 1 komplett im Zeitschema. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, befinden wir uns in der siebten Woche seit dem letzten Patch und der Patch-Zyklus ist momentan in Dragonflight auf exakt 8 Wochen für kleine Patches und 9 bis 10 Wochen für große Patches. Das heißt, wir sind nach wie vor komplett im Zeitschema. Das heißt, selbst wenn sie diesen Hidden Patch eine Woche delayen, wird es trotzdem noch passen, dann wären wir halt in der 9. Woche. Ja, also da ist, Leute machen da gerade irgendwie wieder so ein Riesendrama draus, weil sie halt momentan nicht wirklich irgendwas zu tun haben oder glauben nichts zu tun zu haben, weil die Season halt schon etwas läuft. Ich glaube persönlich, dass es gar nicht damit zu tun hat. Ich glaube, also wenn ich für mich persönlich sprechen soll, dann ist halt einfach momentan der Hype fehlt halt ein bisschen. Da habe ich halt auch schon drüber geredet, weil jetzt war es in Dragonflight, waren wir es gewohnt. Patch geht live, Woche später, neuer BTR für den nächsten Patch und so weiter und so weiter. Das heißt, du hattest immer was zum Gamen, du hattest immer was zum Spekulieren, weil es war schon der nächste Patch am BTR und du konntest immer drüber reden. Und jetzt ist halt, wir wissen von nichts, wir haben keine Ahnung, wie es weitergeht gerade, sondern wir können halt die ganze Zeit nur abwarten, bis dann schlussendlich das Ding live kommt. Und ich glaube, da neigen Leute dann ein bisschen zum Übertreiben, dass Sachen halt irgendwie viel länger schon dauern, als es halt tatsächlich der Fall ist. Nach wie vor, Dragonflight ist immer noch extrem gelungen, also da gibt es gar nichts. Jetzt ist es halt einfach nur eine kleine Downtime, eine gefühlte Downtime, bis halt dann 10, 2, 6 sind es. Und dann ist halt die Frage, kann der Patch dem Hype standhalten, den viele Leute dafür vorgesehen haben? Oder ist das Event wirklich dann irgendwie ein kompletter Reinfall und kommt gar nicht so gut an, wie viele Leute denken? Ich meine, man muss sagen, dass sie mit Dragonflight extrem viel richtig gemacht haben, was diese ganzen Reintroductions von Events und Co. angegangen ist, weil die Events waren jetzt alle nicht so bad und auch diese Sachen, die re-edit wurden, die irgendwie für Hype gesorgt haben, kamen extrem gut an. Zum Beispiel das Freischalten von Naxxramas mit dem Crafting für C3 kam extrem gut an und feiern Leute immer noch. So, dass man wieder alte Schole laufen kann, Kloster kamen wieder zurück und so weiter. Das heißt, da haben sie schon halbwegs dafür gesorgt, dass die Leute da motiviert sind. Dann gab es ja auch noch für 10, 2, 7 die Spekulationen mit Challenge-Mode und keine Ahnung was. Da haben wir natürlich auch noch keinen BTR, weil das ist noch ein bisschen weiter entfernt. Aber da ist natürlich dann auch noch die Frage, was das halt angeht, wie es dann da noch weitergeht. Wir haben ja noch mehrere Patches innerhalb von Dragonflight. Wir haben ja noch Season 4, wir haben noch 10, 2, 7, der nochmal Story bringt und dann haben wir noch den Pre-Patch. Das heißt, wir haben ja mehr oder weniger dann nach wie vor in diesem Acht-Wochen-Rhythmus halt weiterhin Patches, weil auch wenn Season 4 eine kurze Season ist von wahrscheinlich 4 Monaten, so haben wir trotzdem quasi 2 Monate Season, dann wieder kleiner Patch, also 10, 2, 7 mit den neuen Sachen, dann wieder 2 Monate, dann haben wir Pre-Patch und dann wahrscheinlich normalerweise vom Pre-Patch bis zum Add-On waren es im Schnitt, glaube ich, 1 bis 3 Wochen, je nachdem. Das war immer ein bisschen verschieden. Je nachdem, was im Pre-Patch-Event drinnen ist. Dann, momentan gehen viele, inklusive mir auch noch davon aus, dass wir nochmal ein Level-Event kriegen. Das kam nämlich auch extremst gut an. Was meine ich mit dem Level-Event? Und zwar zum Ende von Shadowlands gab es das ebenfalls und zwar einfach ein 50% Flat-EP-Buff, wo man halt nochmal seine Chars hochleveln konnte, bevor das Add-On erscheint und so weiter. Ziemlich sicher, dass sie das wiederholen, weil sie auch damals schon gesagt haben, dass sie vorhaben, das zu wiederholen. Also auch da ist nochmal wahrscheinlich, dass wir nochmal einen EP-Buff haben für den einen oder anderen, der vielleicht noch einen Twink oder irgendwas hochziehen will. Sollte das EP-Event kommen, glaube ich, werde ich sogar nochmal ein Speed-Level-Try versuchen und schauen, ob wir da nochmal die Route ein bisschen weiter optimieren können. Da habe ich nämlich definitiv auch nochmal ziemlich, ziemlich Bock drauf. Das heißt, uns erwartet eigentlich noch ziemlich viel. Blöde ist halt nur momentan, dass wir halt nicht genau wissen, was es ist. Ich hoffe, dass es erwähnt. Also, wenn wir nochmal zurück zu Page 10.2.6 kommen, der jetzt dann kommt, da frage ich mich halt mehrere Sachen. Und zwar, der Patch ist ja auf zwei Parts aufgeteilt. Das heißt, er beinhaltet sicher mehr als nur dieses neue Event. Jetzt ist aber eins der Dinge, wo ich halt drüber nachdenke halt, was könnte halt noch in diesem Patch drinnen sein. Wenn wir uns andere, kleinere Patches ansehen, die wir jetzt hatten, zum Beispiel der letzte, der kam, der hat dieses Event hier gebracht. Das große Buddel, da kannst du diese Fragmente ausgraben und kriegst halt Rewards und so weiter und kannst dir halt mehr oder weniger T-Mog und Shit holen. Das war aber nicht alles, sondern der Patch hat auch noch gebracht, die komplette Überarbeitung vom Lebelig in der Luft-Event. Da sind schon die Überarbeitungen fürs Nobelgartenfest drinnen. Da waren Klassenbalancing drinnen und andere Kleinigkeiten, die dann mehr oder weniger in dem Patch dann noch mit live gingen. Und jetzt momentan ist es halt die Frage, ist das in 10.2.6 auch? Also ist da mehreres drinnen, ist da ein Klassen-Rework drinnen, was ich weniger glaube, wenn Klassen-Rework würden sie sicher nicht ungetestet live schicken. Deswegen schätze ich mal, dass das nicht drinnen sein wird. Aber ja, sind irgendwelche World-Event-Updates mit drinnen? Ist irgendwie, ich weiß nicht, was noch Hype auslösen könnte. Ich denke, eins der Dinge, was momentan gut Hype auslösen könnte, wäre, wenn das Rebalancing der Raids drinnen ist für Battle for Azeroth, dass man die Solo machen kann. Zum Beispiel Anpassen von Mifrax, dass kein Mind-Control mehr kommt. Schauen, dass man bei Kahun das Orberleine spielen kann, damit man den Boss solon kann. Dass diese Council nicht mehr immun wird, wenn man halt irgendwie die zusammenpult oder was gab es noch alles. Da gab es ja auch bei der Council in Battle for Azeroth, dass man Bermanent Silenced wurde, wo man nicht mehr rausgekommen ist. Und vieles mehr halt. Also alles ist BFA-Rates, wo man halt mal das ein oder andere Ding halt anpassen könnte. Da bin ich halt sehr gespannt, ob sie das halt dann ebenfalls mit drinnen haben, wenn sie schon einen Patch haben, der darauf abzielt, dass halt Leute irgendwelche Fun-Sachen machen können. Kann es gut sein, dass sie das halt ebenfalls mit reinballern. Und es ist auch was, wo sie schon darüber geredet haben, dass sie das halt machen wollen. Also dass sie mit einem der Patches halt die BFA-Rates solo-bar machen wollen, das wissen wir ja auch schon. Das haben sie ja auch schon bestätigt, dass es innerhalb von Dragonflight noch der Fall sein sollte. Deswegen auch da warten wir halt momentan einfach nur drauf, dass sie das dann irgendwann anpassen und dass das halt leichter Solo-bar ist. Dann können wir nämlich auch mal die Battle for Azeroth-Rates alleine laufen, auch wenn da schon einige Solo gehen. Man kann einiges, gerade im LFR, NRC und HC, kann man eigentlich so gut wie alle Solo machen. Im Mythic ist es dann meistens ein Problem bei, wie gesagt, gewissen Encountern wie Konklave ohne Pet, wo man nur noch silenced wird. Oder wie bei, wie gesagt, Ulti halt. Da ist Mifrax mit Mind Control, wenn du ihn nicht gerade in 10 Sekunden legen kannst. Gehuhn, wo man das Orb gar nicht spielen kann alleine und so weiter und so fort. Also das sind halt ein paar Sachen mit am Start, wo wir halt hoffen, dass sie das dann überarbeiten. Eventuell wäre es auch cool, wenn sie gleich Shadowlands noch mit angehen würden, wenn sie so was angehen, damit man da mehr Sachen Solo machen kann. Denn Castle Nafrea funktioniert schon im Normal- und HC-Solo. Großes Problem, du brauchst ein bisschen Damage-Output. Und zweites Problem ist, dass dort kein Legacy-Loot aktiv ist. Was bedeutet das? Und zwar Legacy-Loot ist nichts anderes, als dass, wenn ich hier einen Boss kille, dann ist Bärso-Loot momentan an. Das heißt, ich habe nur eine Chance, ein Item zu ziehen. Sprich, wenn ich jetzt hergehe und komplett Natria Solo durchmache, kriege ich vielleicht zwei Gegenstände raus. Die sind zwar dann Gegenstände, die ich tragen kann, aber es sind halt nur zwei Items. Das heißt, wenn Legacy-Loot an ist, dann kann ich zwar nicht nur die zwei Items ziehen, was ich hier sehe beim Bärso-Loot gerade, sondern dann wäre das der Loot-Table. Das heißt, all diese Items könnte ich dann rausziehen und da droppt halt dann einfach mehr. Und die Chance, dass ich das kriege, was ich haben will, ist halt bei Weitem höher. Und wie gesagt, da ist halt dann wieder die Frage, also da muss ich mich noch umbohren, da ist halt dann die Frage, ob sie das halt auch mal einfügen. Aber ich glaube ganz stark, weil das Legacy-Loot-Ding, das haben sie eigentlich immer so zum Ende vom Add-on eingefügt für die vorherigen Raids, dass man da dann schlussendlich weitermachen konnte. Also bin ich da auch sehr zuversichtlich, dass das auch noch kommen wird. Aber wie gesagt, die Frage ist, kommt das mit 10.2.6? Kommt das direkt, wenn das Event live geht? Oder ist das dann alles erst in Season 4 drinnen? Weil Season 4 ist ja wie gesagt eine Fated Season. Oder vielleicht nennen sie es diesmal anders. Das wissen wir noch nicht, was der Name genau ist. Wir nennen es halt einfach alle Fated Season, weil Fated war ja der Mode, den wir zu Shadowlands hatten und den man dort mehr oder weniger spielen konnte. Und da ist halt dann die Frage, wie sie das genau angehen, was es für Reboards gibt. Ich gebe, wie gesagt, nach wie vor so eine Neruba-Mount aus, dass wenn man alle Raids wieder im NRC kleert, dass man sowas in der Art kriegt. Und eventuell halt die Dungeons. Wir wissen auch, das habe ich auch übersehen, das hat mir in einem Stream drauf hingewiesen. Und zwar, wir wissen auch, dass die Dragonfly Dungeons kommen. Das heißt, die Mythic Bros scheinen diese Dungeons hier zu kommen. Kann sein, dass sie vielleicht ein, zwei rausballern oder so. Ich weiß es nicht. Aber wenn man momentan halt liest, in dem Post von Holly Longdale, wo sie gesprochen hat, wie es weitergeht, dann steht halt drin, dass die Dungeons mehr oder weniger wieder zurückkommen und halt die Raids mehr oder weniger. Das heißt, da haben wir dann mehr oder weniger beides mit am Start. Dragonfly Dungeons, muss ich sagen, kam bei mir leider gar nicht gut an. Ich bin kein Fan von auch nur einem Dungeon hier. Auch der Mega Dungeon hat mich enttäuscht. Die Mega Dungeons waren immer mein Favorit in ganz WoW. Also Karasan und Mechagon und so waren richtig gelungen. Taserwäsch war auch noch nicht schlecht. Aber Dämmerung des Ewigen war bisher die wackeste Variante von den Mega Dungeons. Auch wenn das mit diesem Quantum Renner und mit diesen T-Mog-Items ziemlich cool ist. Der Großteil von dem Ganzen ist trotzdem jetzt nicht so mega meins, dass ich sagen würde, ich habe das jetzt irgendwie mega enjoyed. Und die anderen Dungeons, Akademie vielleicht noch, aber Brackenfellhöhle, Halls of Infusion mochte ich gar nicht. Neltaus okay ist. Vielleicht Oldermann noch. Nokuta, Zurblergewölbe und Rubin-Lebensbecken waren jetzt auch nicht so die Dungeons, die ich jetzt persönlich gefühlt hätte. Raids hingegen. Arboros war okay. Amirdrasil gefällt mir mega. Gewölbe war so das, was mir am wenigsten gefallen hat. Vor allem Datea und Rasa-Gef waren so gar nicht meine Bosse, die ich da irgendwie gefühlt habe. Und dann ist natürlich die Frage, was für Buffs sind aktiv. Kann man da leichter durch? Weil in der Fated Season ist meistens so, dass ihr die Dungeons ein bisschen leichter getunt sind oder dass ihr fixer ansehen, mit denen man interagieren kann, die die Dungeons nochmal bei Weitem leichter gestalten. Also in irgendeiner Art und Weise kriegen wir das dann sicher nochmal bei Weitem leichter hin und kann man dann nochmal ein bisschen seinen Chargieren und wahrscheinlich auch die Legendaries aufwerten. Da haben wir glaube ich letztes Mal auch im Let's Play drüber geredet. Ansonsten lassen wir es an der Stelle erstmal gut sein mit einer weiteren Folge vom Priester-Let's Play. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die Folge wieder gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn du noch Fragen habt, wen man jede Zeit auf dem Server-Rex sah oder Leere an Charakter stellen und einen Brief an Community-Rex sah einmal schicken, dann könnt ihr jederzeit alle möglichen Fragen dort stellen und ich kann sie direkt im Video als Thema noch mit ansprechen. Ansonsten könnt ihr auch jederzeit unten in die Kommentare reinschreiben. Vergesst doch nicht mehr auf meinen Social Media-Netflix-Folgen allerdings mehr unten in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut da rein. Ciao. Abonee